Hallo zusammen, ich bin der Patrick und möchte euch mit meinen Videos zeigen, wie man nach einem Magenbypass-Operation so lebt. Anhand von Videos, die seit mehr als zwei Jahren laufen, könnt ihr sehen, wie ich mich selber verändert habe, vom Positiven zum Negativen. Ich erkläre euch alles über diese Operation, was bei mir gut war, was bei mir schlechter wird etc. Ihr könnt euch sehr objektiv informieren, auch mir Fragen stellen, schaut euch die Veränderung an. Drei, vier Monate vor der Operation haben die Videos begonnen und jetzt mache ich das seit geraumer Zeit, nicht mehr so regelmässig, aber schaut euch mal die Veränderung an. Ich bin echt positiv überrascht von mir selber und möchte euch hiermit ermutigen, kämpft für eine Magenbypass-Operation und Tschüss.